Hey Leute, ich freue mich gerne über ein Abo, Like oder Kommentar. Abonniert einmal meinen Kanal, dann seht ihr immer die aktuellsten Videos. Ok, ich muss hier lang. Aktiviere mehrere Ziele. Aktiviere die Abwicklung. Dann gehen wir mal da hin, um irgendwas zu aktivieren. Irgendwann finde ich diese Fluchtkapsel wieder und dann gehe ich mal da rein. Irgendwann. Aber erstmal muss ich halt ins Bette finden. Aktiviere die Abwicklung. Ich hoffe, dass es wieder einigermaßen leicht findbar ist. Mehr Kine da. Aber es war ja wieder hier. Da wollte man ja jetzt nicht hin. Ne, das war ja nicht so ein kleiner Satz, dass ich das habe und nichts. Na. Ah, ich glaube jetzt mal auf den richtigen Weg. Okay. Okay. Gut. Gut. Mehrere Ziele da lang. Da ist nur die Abwicklung. Aber irgendwo war auch das Käpt'n. Der Käpt'n-Bereich und da waren ja auch diese Fluchtkapseln. Das weiß ich noch, das weiß ich noch. Na? Na komm. Genau, du hast nichts. Okay. Genau, von hier aus kam ich aber. Fehler hier ist noch ein Code. Stimmt, die kann ich ja jetzt auch knacken. Das war eine der wenigen, die ich ja noch nicht gemacht habe. Aber lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht. Jetzt haben wir hier. Hier. Hier war ja auch nicht weiter. Hier war ja bloß diese komische... Dings. Guck mal mal, ob man da unten... Also ich speichere jetzt mal. Bevor ich irgendwo runter springe. Und warte mal ab, was mich so erwartet da unten. Ob da nicht noch irgendwo jemand ist. Nein, im Moment ist das hier ein nutzloser Raum. Schädliche Atmosphäre entdeckt. Erstmal hier speichern. Hier unten ist ganz schön nichts los, oder? Eine weitere Schlüsselkarte. Warnung. Sauerstoffwerte kritisch. Bitte suchen Sie sofort ein Atemgerät. Hm. Oh, ich muss aber jetzt nicht. Treibstofflager, okay. Schauen wir uns mal hier in Ruhe um. Warnung. Sauerstoffwerte kritisch. Bitte suchen Sie sofort ein Atemgerät. Na ja, im Moment ist alles noch im grünen Bereich mit mir. Da ist noch jemand auf dem Boden. Hat aber auch nicht weiter. Ach, Programm, hier. Warnung. Sauerstoffversorgung defekt. Bitte evakuieren, bis Techniker oder Operator Maßnahmen ergreifen konnten. So. Warnung. Sauerstoffversorgung defekt. Bitte evakuieren, bis Techniker oder Operator Maßnahmen ergreifen konnten. Warnung. Sauerstoffversorgung defekt. Bitte evakuieren, bis Techniker oder Operator Maßnahmen ergreifen konnten. Start. So. Hier ist nicht weiter. Außer mal Nervensegen. Gut, dann gehe ich mal in Schnellladen. Gehe auf den alten Spielstand. Schädliche Atmosphäre entdeckt. Ähm. Ja nicht. Eigentlich würde ich gerne jetzt nicht wieder hoch. So. Warnung. Sauerstoffwerte kritisch. Bitte suchen Sie sofort ein Atemgerät. Ja. Da geht's hoch. Aber hier ist auch nicht weiter. Warnung. Sauerstoffwerte kritisch. Bitte suchen Sie sofort ein Atemgerät. Aber hier geht's weiter. Okay. Von hier aus kamen wir ja. Hm. Warnung. Sauerstoffversorgung defekt. Bitte evakuieren, bis Techniker oder Operator Maßnahmen ergreifen. Ja der hat nicht. Entriegeln. Jetzt ist auch nicht weiter. Nicht mal eine kleine Notiz. Ja nicht. Dann wollen wir mal. Warnung. Sauerstoffwerte kritisch. Bitte suchen Sie sofort ein Atemgerät. Okay. Jetzt auch nicht weiter.